Vor einiger Zeit habe ich euch schon gezeigt, wie man sich ganz simpel ein Messer selber schmiedet. Immer schon war ich vom Schmieden fasziniert und jetzt möchte ich das Ganze auf ein bisschen ein besseres Level heben. Dafür habe ich mir diesen pedalbetriebenen Schmiedehammer gebaut, um präziser zu arbeiten und auch um der Mast Feuer zu verschweißen. Den Bau von dem Hammer seht ihr jetzt. Das Grundgestell ist aus altem Dachstuhlholz, wobei ich die Teile teilweise gehobelt, entgratet und gezapft bzw. verschraubt habe. Mit Fuchsschwanz und Stemmeisen kommt man da aber auch alternativ gut voran. Dachstuhlholz 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 Dachstuhl Dachstuhlholz 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 Der reached Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Dann habe ich bereits den Eisenrundling für Hammer und Amboss in zwei Teile geschnitten. Musik Kugellager zu schweißen ist sicher immer eine schlechte Idee, für den Schmiedehammer als Lager hat es aber gereicht. Musik Kugellager zu schweißen ist sicher, dass der Schmiedehammer als Lager ist. Musik Kugellager zu schweißen ist sicher, dass der Schmiedehammer als Lager ist. Musik Musik Kugellager zu schweißen ist sicher, dass der Schmiedehammer als Lager ist. Musik 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 Damit die Löcher im Holz 100% senkrecht sind, habe ich dafür die Ständerbohrmaschine verwendet. Musik 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 Dann habe ich auch schon den Ambuss geschweißt und mit einem Stück Leder als Dämpfung vernagelt. Dann habe ich auch schon den Bremsen und die Bremsen und die Bremsen. Auch den Hammer habe ich auf das Formrohr geschweißt. Hier seht ihr, wie ich mit der Elektrode das Material einmal links und einmal rechts verschmelze und Richtung Spalt schiebe. Idealerweise lässt sich die Schlacke dann ganz einfach abheben. Auch die Achse habe ich in die Halterung geschweißt. Musik auch für die pedal achse habe ich lager verbaut und dann das ganze pedal zusammengeschweißt für das lager der zugstange die ich gleich bauen werde dient eine mutter auf einer quergeschweißten gewindestangen das wird der obere teil des hebe mechanismus und das da wird dann später die hebe stange so Und hier seht ihr, wie ich die Hebelstange auf die Mutter verschweiße. Mit einer Feder wird das Ganze dann später hochgezogen. Die Leisten dienen nur zur zusätzlichen Stabilität und zum Tragen des Hammers. Dann habe ich auch schon den Hammer lackiert und das Holz mit einer Mischung aus Pech oder Harz mit Öl und Bienenwachs eingestrichen und geflemmt. Musik 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 Ein bisschen habe ich ihnen auch schon getestet. Alle Materialien übrigens, die ich verwendet habe, haben sich bei mir über die Jahre so angesammelt. Im nächsten Video seht ihr dann meine Eigenbau-Schmiede-Esse und am Zweitkanal kommt bald ein Video, wie ich mir ein unsichtbares Fundament für den Schmiedehammer betoniert habe. Danke fürs Anschauen. Teilen, liken und abonnieren würde mir sehr weiterhelfen und damit bis zum nächsten Mal. Mal sehen wir jetzt auf den Kanal auf, denn mit der Jungs und Schmiede-Esse und eine und eine Eröffnung. Vielen Dank.